nicht lernen die drei punkte die heben wir uns mal noch auf ein paar steine am strand also bis auf diese kleinen fleischfresser diese dilos die später ziemlich zahm sind also später sind die tun die einen eigentlich nichts mehr weil die halt crap sind aber da hinten ist ein dilo ein fernglas wäre ganz gut dicker fisch dicker fisch saftig eine forelle ich brauche mehr fiber siehste muss man hier mehr in den wald reingehen ich hoffe hier lauert nichts ein bisschen fieber sammeln das bekommt man hier nur von den sträuchern hier muss man immer auf der hut sein am geilsten ist es wenn du dann unten getrampel hörst dann ist es schon zu spät von den ganz großen viechern gibt ja noch so eine mittleren t-rex kanus heißen die die rennen so schnell also das unglaublich da hat man dann keine chance mehr und die haben auch eine ziemlich die können ich von sehr weit weg riechen so hier noch ein bisschen frei war ein wenig ernten dinge die ich droppe und dann einfach liegen lassen verschwinden die von alleine ja das verschwindet dann von der zeit glaub vier fünf minuten oder so ne dass die spawnt dann wie macht man eine kiste die musste muss man die lernen die musste lernen die kannst du aber glaube ich noch nicht lernen erst ab stufe fünf glaube ich dann schmeiß ich mal den überflüssigen scheiß ich brauche einfach mal weg machtet so ich bin hier schon wieder über lahn ich lauf mal hier so über die sträucher und sammle mal nebenbei ein bisschen was ein was hast denn weggeschmissen noch nichts aber ich überlege was ich wegschmeiße jetzt bin ich sehr langsam darf man eigentlich nicht machen diesen fehler weil wenn jetzt so was kommt wo man rennen muss bin ich am arsch dann muss ich erst dumm irgendwas fallen lassen ich hab auch schon hütchen für dich gemacht ach das ist aber nett das neueste nike das neueste nike modell sehr schön der passt in farbe prestige er position danke oh nee da stand sogar denn die beteiligten in eine minu아아 in einer minuze 50 sekunden ist natürlich hoch noch schneller so ich setze sich mal trotzdem meinen cowboy hut glaube ich auf Ja Boah, richtiger Cowboy Ich kann mich nicht bewegen Ich glaube, ich bin überladen Ja Was schmeiße ich denn da weg? Das Oh Kann mich ganz langsam Kann ich mich nur bewegen Ich kann auch mal ein paar Bären essen Hast du schon einen Speer? Brauchst du einen? Ne, hab ich nicht gelernt Wenn du das lernst, ist das wunderbar Gebe ich dir gleich einen Cool, danke So Wollen wir mal die Hütte ein bisschen erweitern Hier Wo Speer kommt, geflogen Mhm, danke Wo packe ich denn, wo soll ich denn den Eingang machen zu der Hütte? Ich würde saagen Die machen wir hier so Fluchtweg Richtung Wald Okay Danke für den Speer So, ich möchte jetzt mal ins Wasser gehen und jagen So Dann achte auf Haie oder sowas Ja Oh ne, mir ist kalt Ich sollte nicht ins Wasser gehen Naja, wenn du dann nur eine Schneeflock hast, dann geht das noch Wenn ein Eisblock ist, dann musst du raus Okay Ein Fisch Da ist ein Es nimmt Gestalter Oh, du hast ein Fisch gekillt Immer mit der Axt ausweiden, dann kriegst du mehr Mit der Axt Sechs Und achte auf deine Wie lange du atmen kannst unter Wasser Ja Sehr gut Da hinten ist irgend so ein luminöser Strahl von oben Ein Zeichen Ein Zeichen Gebete wurden erhört Ja Müssen wir jetzt erstmal den Firedance machen? Halalalala Halalalala Ja, Mann Ähm Du kannst ja das Fleisch darin packen Ja Axis Inventory Bevor es vergammelt Weil das rohe Fleisch Das vergammelt relativ schnell, ne? Äh, das da Äh, da muss man nichts weitermachen, ne? Axis Inventory Nö, einfach Wie lange dauert denn das, bis das sozusagen gebraten wird? Ähm Das geht relativ schnell Immer so, ich glaub immer so, ich glaub immer so 15 Sekunden oder so Warte mal, ich müsste doch jetzt eigentlich auch Leder haben von dem Fisch, wa? Hab ich nicht bekommen So, meine Hacke ist destroyed, ich muss sie reparieren Was, warum kann ich die nicht reparieren? Stone fehlt So, jetzt kann ich sie reparieren Wollen wir wieder Fische jagen? Aha Ähm, die Axt bräuchte ich noch nicht reparieren Aber ich brauch mehr Tetsch Meter oder so Gefühlt Es geht sehr, sehr tief runter Jo, bei Regen ist es generell grad ein bisschen kalt Irgendwie bei mir auch Da schwimmt was rum So, ich bin gleich Level Up Und da ist es auch schon das Level Up Level 4 Ähm Ich geh mal auf Auf Melee Damage, glaube ich Ne, ich geh auf, dass ich noch mehr Ne, ich geh erstmal auf Gesundheit Nochmal Gesundheit Da hinten schwimmt eine Schildkröte Ich stelle gerade noch ein paar Wände her Kann ich ja schon mal platzieren Utsch Ja, das geht doch relativ zacki zacki Allerdings Ähm, bietet diese Strohhütte Eigentlich keinen Schutz Aber sie sieht nett aus So, was brauche ich? Tetsch Ich brauche schon wieder Tetsch Ich hab Tetsch Ich klicke es dir hin Ah, danke Du musst den Scheiß loswerden Sehr gut Ja Nimm es, nimm es Danke Weil dann, dann baue ich einfach noch eine Tür Ja Äh, was dann zum Strand rausführt So Die 6 Und Warte mal Dann packe ich die Tür mal hier hin Oh ne, ist mir zu gruselig da unten, wa? Ja man, das ist richtig Da kriegst du echt Das ist echt Gruselfaktor Dein Fleisch ist übrigens fertig Ich hab mir mal 3 rausgenommen Ja man Das geht doch noch tiefer Da unten, dieser Vorsprung Dahinter Das geht dann richtig steil ab Das ist hier noch flach Das seht ihr noch Mhm Also Aber das ist mir echt zu gruselig Ich hab auch in der echten Welt Respekt vor Vor tiefem Wasser Äh, man weiß nie Was unter einem lauern könnte Weiß nicht, manch einer kennt das ja Dieses Gefühl Dass unter einem was sein könnte Ich muss mal ein paar Bären essen Ah, so Als nächstes ein Dach Ein Dach Jetzt hab ich hier zwei Tetch-Dinger umsonst, glaub ich, hergestellt Naja, egal Venturi Wo ist denn meine kaputte? Da Fiber Ich brauch Fiber Fiber hab ich auch Wenn du das Oh, der Mond Das sieht ja geil aus Wie der Mond aussieht, oder? Der, der, der Mond ist da so am Himmel oben Das sieht schon awesome aus Man sieht schon ein paar Sterne Liegt hier, ja? Ganz leicht Danke Wo siehst du nicht? Ah Death Star Auch diese Lichtphysik von diesem Spiel ist einfach atemberaubend Das sieht so awesome aus Na gut Ähm, sieben So, ich kann ja was hier machen Ja So, und zwar Mörser mach ich mal, ne? Das war ja auch ganz wichtig Ja, sehr nice Sehr nice Und ne Zwille Was säg mir Ne, ich hab nicht genug Punkte Ah ja Ich kann ja auch schon weiter lernen Sehe ich gerade Sehe ich jetzt erst Und zwar Also du lernst den Mörser, ja? Ja, hab ich schon Okay, sehr schön Dann lerne ich die Kiste Ja, super Dann können wir uns mal richtig entladen hier Ja, mehr Punkte hab ich gerade nicht So, gleich mal ne Kiste craften Die braucht immer ziemlich viel Holz Wo soll ich Warte mal Ich mach die hier in die Ecke Ja, aber Was ist das hier Am, Amabel Ja, das schmeiß ich gleich weg Jetzt brauchen wir jetzt erstmal nicht Steine Ja, die Brille, die nicht reinpacken Weil die kannst du wegschmeißen Das ist ja Platzverschwendung Die bekommt man eh immer wieder Schmeiß ich auch mal weg Ähm So Den zieht Den schmeiß ich auch gleich mal weg Weil davon kriegen wir noch genug Metall hast du schon wieder Wo kriegst du denn immer das Metall her? Unglaublich Wo ist denn unser Feuer? Unser Feuer muss an Ah ja, siehste Apropos Feuer Kann ich hier schon so ne Standing Torch machen? Ja Aber kostet 6 Punkte Oh Mann ist das teuer alles ey Vor allem wie viel es auch gibt Hier, ich glaub das sind so ne Pikes Die man dann noch lernen kann Sehr gut So So Ja Ähm Ähm Ich werde mal Oh jetzt ist es ja stockduster ey Was ist das? Da hinten ist so ne Anomalie Wieder so ne Lila ne Und da ist ein Stegosaurus Sehr schön Und dann werde ich mal so ein bisschen Äh Wald hineinwagen Ach wie das aussieht Auch die Sterne Ne Fackel hast du dir schon Äh Kannst du dir ne Fackel machen? Ähm Ja Könnte ich Aber das hab ich jetzt Warte mal Welche Fackel meinst du? Sonst würde ich die jetzt Ein einfacher Fackel Ansonsten würde ich die jetzt schnell eine machen Ah ja Mach mal bitte eine Sehr schön Inventory Drop Hast aber auch ganz zärtliche Füße Muss ich ja mal sagen Ja Da hab ich auch drauf geachtet So So jetzt geh ich Ah bei mir ist schon ein Achso wenn du übrigens Verrottetes Fleisch hast Ne In deinem Inventar Aufheben Nicht wegschmeißen Damit können wir dann auch Narkotiks herstellen Okay Hast du schon diesen Mörsel gebaut? Äh ne ich brauch ähm Steine Leder Ja kann ich dir geben Ist hier Ist in der Kessel Sehr gut Sehr gut So die Fackel Die packe ich mir mal hier hin Was können wir denn jetzt noch bauen Ich baue uns mal noch eine Kiste Mal ich mal Versuche ich mal so platzschonend wie möglich hier aufzubauen Na Et will nicht Jetzt Ahja Eine kleine Lücke Du kleine Lücke Eine kleine Lücke Eine Ritze Eine Spalte Schlitz So So Schlund Sohoho Komm mal gucken Hier kann man schon irgendeinen Sattel herstellen Fiomia Sattel Was war ein Fiomia Achso das waren diese komischen Schweine glaube ich Die hier rumlaufen Narkotik Das kostet alles 6 Punkte Ich hab nur 5 Punkte Wann bin ich level up Oh ich bin gleich level up Sehr schön Der Stegosaurus da hinten Der chillt Den großen Baum hier Der hier neben uns heute steht Den würde ich hier lassen Der sieht cool aus Irgendwie Kann man ja Du sag mal Soll ich uns erst Schuhe machen